Home with riches and bad news. Beauty must go to the beast. Shouldn't she be angry? Upset? Hurt? I'd be pissed. Make it rotten. Let's move! Ja, und damit ein herzlich Willkommen zurück zu Let's Play American Magies Grimm. Ja, wir spielen das Märchen hier, die Schöne und das Biest. Ja, ich glaube jeder kennt das schöne Märchen mit Belle, der Schönheit aus der Stadt und dem Biest. Ähm, ja, ich muss sagen, bisher erinnert mich hier dieser Teil des Märchens nicht wirklich an das Märchen, so wie ich es kenne. Also hier an die Schöne und das Biest. Ich hab's ein bisschen anders in Erinnerung. Hm, ja. Aber wir schauen mal, was da noch so auf uns zukommt. Wir müssen jetzt den Stinkenheizgrad Rotten erreichen und ich halte auch noch Ausschau nach ein paar, nach ein paar Dingens, Secrets hier, diese Medaillen, die wir da so finden können. So, die Blumen, die geben sehr schönen Punkte da oben. So, Bruce haben wir jetzt noch, Paul. Und dann... Da haben wir einen Blumen. Zack. Machen wir ein bisschen die Wände, die Mauern. Aber ich will den Köter noch erwischen. Da hinten ist er. Zack. So. Fool haben wir geschafft. Ziel wäre erreicht, aber ihr kennt mich. Ich werde noch ein wenig, äh, Unruhe stiften hier. Ja, fürchtet mich, fürchtet mich. So, das mach ich gleich. Ich geh nochmal auf die andere... ...Seite. Hier haben wir noch ein bisschen was. So. Hier hatten wir ja so noch einiges. So, schön, schön. Haben wir da noch ein wenig? Ja, da haben wir noch ein Kind. Habt ihr gesehen, was der Vogel mit dem Kind gemacht hatte? Kopf eingestochen, ey. Unglaublich. So, schön dreckig machen. Ach, guck mal hier. So, okay. Das sieht doch ziemlich gut aus. Das ist jetzt der See. Oder der Fluss. Oder was auch immer. Wir machen jetzt hier... Da haben wir noch ein Stückchen. Die Häuser haben wir schon. Die Menschen sind auch schon alle. Aber da... Ah ja, das geht dann da gleich weiter. Okay. Okay. Ja, das Ziel haben wir natürlich schon erreicht, deswegen geht's auch direkt schon quasi weiter. Aber ich möchte halt noch ein bisschen Dreck machen und schauen, ob wir nicht noch ein anderes Geheimnis finden können. Ich meine, das ist ja auch nicht viel, was hier zu dreckig machen gilt. Es geht hocki zucki. So, die Menschen verwandeln wir jetzt noch. Zack, zack. So, und das ging jetzt hier irgendwie schon runter? Ach, das ist nur eine Abkürzung. Okay, cool. Brauchen wir so an sich eigentlich nicht? Ja, das war Szene 4. Wir haben hier ruckzuck und super schnell das Geheimnis haben wir gefunden. Und wir switchen direkt in Level 5 rein. Ja, das Lustige ist halt... Ähm, Belle, das Märchen, also die Frau, die in dem Märchen hier spielt, Schön und das Biest, die war eigentlich Brünett statt Blond. Aber anscheinend, ähm... Ja, gefällt denen wohl Blond besser als Brünett. So, jetzt haben wir das hier auch schnell. Zack, zack. Uh. Bewegliche Hecken. Da macht auch schon wieder jemand sauber. Wir brauchen wieder Rotten, das Ziel. Ja, mal gucken. Jetzt geht's los. Kann man hier noch was machen? Ja, das Tor, schön. Wer macht eigentlich hier sauber? Sind das wieder so Vögelchen oder wie? Da kommen wir nicht durch. Ah, da. Direkt mal verwandeln die Vögelchen hier, ey. Na, wie kommen wir denn da durch? Verdammt, ey. So. Ziel erreicht. Oh, yeah. Oh, that's beastly. Hey, look at her run. Ha, ha, ha. Oh, you are hideous. Hey, pull me down. I don't want any of your ugly rubbing off on me. Ah, you're a pulser from the distance, too. Beauty sleeps, dreaming of her family back home. Doesn't she look calm and quiet? That's right. That's right. Too quiet. Let's give her some nightmares. Make it disgusting. Okay. Mal gucken, was sie für schöne Eifreiber bekommt. Ich hoffe, sie geht ins Bett. Ja, Szene 5 auch ganz schnell beendet. Geheimnis nicht gefunden. Naja, wir sind auch quasi richtig schnell durchgeflupscht. Schauen wir uns Level 6 an. Oh, Mann. Na, da bin ich ja mal gespannt. Schön die großen Dinger hier mitnehmen, weil die geben gut... Ähm... Anzeige da oben. Machen dann direkt so einen Sprung nach vorne. Ich geh mal erstmal hier rüber. Ich komm da nicht dran. Okay. Dann vielleicht hier. Ja, das geht schon eher. So. So, hier haben wir nix, da kommen wir nicht dran. Huch. Boah, jetzt werd ich aber beinahe hier runter geflupscht. Mann, oh Mann. Gehen wir einmal überall hier drauf, damit wir das auch auf unserem Barometer da oben angezeigt bekommen. Die machen die ja schon wieder unheimlich schnell sauber. So, kein Geheimnis, nix. So. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Erstmal einen Weg finden. Die Bäume nicht vergessen. Dann gehen wir mal hier lang. Alles mitnehmen. So. Okay, wir sind hier leider falsch abgebogen. Kein Problem. Gehen wir ein Stück zurück. Wir spielen ja eh nicht auf Zeit. Ziel erreicht. Ah, verdammt ey. Ja, wir können jetzt quasi noch da hinten. Aber das sparen wir uns jetzt mal. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auf die Kiste und die treibt uns quasi dann nach oben. Ja. Was für ein Wasserfall. Make it rotten. Rotten? Das haben wir noch nicht. Fehlt uns noch ein bisschen. Okay. Ähm. Boah, Schwein gehabt. Ziel erreicht. Ich mache aber die Insel hier oben noch ein bisschen kaputt. Und schaue, ob vielleicht irgendwo hier ein Geheimnis rumsteckt. Ah, die schönen Schafe hier mitnehmen. Nein. Ah, hier das Haus. Ah, nicht ganz. Na. Jetzt aber. Oh Mann. Ja, das war Level 6 von Die Schöne und das Biest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wenn ihr wissen wollt, wie das Ende von Die Schöne und das Biest aussieht, schaltet einfach ein zur nächsten Folge von Let's Play American McGee Scrim. Danke fürs Zuschauen und schönen Abend noch.